ja ich hab noch 160 als es noch passt es aber direkt vor mir sind ganz viele 20 leute direkt vor die alle alle anderen alle anderen ich dachte gerade ich laufe in grafikfehler rein ich dachte ernsthaft ich laufe in scheiß grafikfehler rein fuck you damn team was zur hölle war das report cheating teaming report report kann das bitte einer aufnehmen ja das ist automatisch aufgenommen warte ich guck mir mal die das kann man ich will mal gucken wie viele sind also eine richtige traur 1 2 3 schickt die scheiß alter ich dachte ich habe einen doch mitgenommen diese chinesen report cheating teaming eigentlich müssen wir ja alle einzeln reporten aber ich gehe jetzt alle einzeln reporten ganz ehrlich das mache ich jetzt noch das ist mir meine zeit noch wert ich habe mich das gefühl wie im walking dead alter wenn so eine traur 1 zukommt ist mir